Wollt ihr mich verarschen? Okay, hier geht's nach oben. Okay, IC. Wollt ihr die auch werfen? Ah. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Das sind immer so kleine Passagen. Das war jetzt die Lerneffekt-Passage und gleich geht's wahrscheinlich richtig steil, ne? Wieso vertraue ich dem scheiß U-Bahn-Ding da nicht? Ja, hier sind doch schon so kleine Scheiß-Nischen, Mann. Das Game will mir doch allzu irgendwas beibringen. Ja komm, wann fährt der Zug los? Gut. Er hat gehupt, Alter. Da geht's nach oben, aber da geht's doch auch noch weiter. Jetzt bin ich grad verwirrt. Wir gehen erstmal umgucken. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass der gleich hinzukommt, wenn ich weiter latsche. Was gibt's denn hier oben Schönes? Klopf, klopf. Simon ist da. Okay, Digga, ja. Warum zünde ich da eine Fackel an? Lass mich doch da hoch. Alter, verfolgt mich jetzt hier drin was? Ich kacke ab. Also wirklich. Ich hab doch keine Fackel mehr für so'n Scheiß. Okay. Das sieht echt noch Spaß aus, oder? Echt? Junge. Was soll ich denn machen? Habe ich hier nen Knopf vergessen? Hä? Ich hab das doch grad versucht. Unlock-Book-Page. Boah, Alter, das stresst mich total hier. Das sind die längsten 60 Sekunden meines Lebens. Die geht auch länger als 60 Sekunden. Aber es geht nicht. Okay, wir ignorieren das jetzt einfach, dass da einer so Faxen macht, ja? Sonst komm ich hier gar nicht klar. Wir ignorieren das jetzt komplett. Oh ja. Oh ja, geil. Das sieht noch Spaß aus. Mit der fischigsten Steuerung aller Zeiten so'n Jump'n'Run hier. Guter Start. Simon. Das war ja nix, mein Freund. Tschüssi. Jo, wahrscheinlich zerplatzt man doch. Äh, ja. Das ist mir nicht der, actually, Horror in dem Game. Okay, hier komm ich hoch. Ah. Das ist ja ganz easy. Hallo. Äh. Hallo. Ich seh nix. Mach die Scheiße an, Digga. Alter. Oh. Oh. Wir müssen. Digga. Also jetzt hab ich alles gesehen. Okay, wir gehen hier mit VP-70 rein. Äh. Digga. Also. Ne. Irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Digga. Ah. Alter. Die sind auch so ultra leidig. Ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Ey, ich will nicht mehr. Geh jetzt da hoch. Alter. Boah. Digga. Und es geht, es hört einfach nicht auf. Geil, ne Katze. Hallo Katze. Hm. Alter. Ist das schrecklich. Oh man, wie lang denn noch? Okay. Komm. Scheiß auf. Ey. Das macht mich so ne verrückt, ne? Au. Alter. Der ist richtig im Sack. Okay. Okay. Bevor wir das machen. Hier. Ey. Ich will erst speichern. Oh mein Gott. Alter. Das macht einen ja so verrückt. Aber. Ich bin jetzt auch nicht. Hallo. Kannst du mal aufhören zu kriegen? Ich bin jetzt auch nicht extra da runter gesprungen. Die Steuerung ist so scheiße, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Noch irgendwo was. Da. Magazin für ne, für, für, äh, für ne Flair ist bestimmt gewürfelt. Alter. Aber du kannst halt einfach nicht eh drücken, wenn du so ein scheiß Ding in der Hand hast. Was soll ich denn jetzt machen? Als ob hier nix für, äh, äh, secret ist. Achso. Ich will jetzt erstmal hier mit der Note machen. Okay. Keine Ahnung. Was hab ich gemacht? Ah. Jetzt kommt das bestimmt mit dem Zug-Abenteuer, ne? Lass mich raten. Hallo. Was genau sollte ich da jetzt machen? Mich hat der Zug überfahren, ja. Muss ich da einfach Hardgas geben? Aua. Hä? Oder muss ich den auf den Zug zulaufen? Weißt du, dass du den hier machst halt? Weißt du, dass du den hier machst halt? Hä? Achso. Ich hätte hier hochgemusst. Ach, Digga. Ich bin halt einfach ein Pfeilfett. Ach, hier geht's wieder weiter. Ich dachte, ich hätte die Scheiß jetzt hinter mir. Och, nee, ey. Ey, warum schmeißt du das hin? Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Also, das ist wirklich richtig kacke hier. Cool. Der Schredder. Fick dich. Bitte lasst da oben mal Sonnenlicht sein. Lass mich mal auf dem Spielplatz rauskommen oder so. Ein bisschen schaukeln zum Abreagieren. Bitte kein dunkle Scheiße mehr. Natürlich dunkle Scheiße. Yippie, aye, yay. Gleich rein da, Alter. Ich hab so Bock. Oh, ja. Oh. Digga, du hast mich so kalt erwischt. Ah, rein. Los, weiter. Ich will gar nicht stehen bleiben hier. Alter, wenn in so einer Situation einen der Mace, äh, der Sawrunner noch verfolgt. Na, kommt hier noch eine? Ja, der fährt doch auch wieder, oder? Ah, ich wusste es. Oh, Gott. Jesus. Okay. Was erwartet mich jetzt hier für ein Spaß? Licht? Bitte. Speichergerät und Schluss aufs Ende mit diesem Scheiß hier. Theo Sodus. Oh, Gott. Tschüss. Ich will.